Hallo und herzlich willkommen zurück zu SaviDais2Dai. Ja, genau. Aktuell bin ich gerade alleine. Physics müsste nachher noch dazu stoßen. Der kommt etwas später dazu. Ob Jamila noch dazu stößt, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Genau, ich gucke jetzt einfach mal, solange hier alleine. Da hat man noch ein bisschen von dem Zeug drin. Und ich höre einen Haufen Zombies um mich rum, wo auch immer die wieder alle sind. Ich habe Hunger, ich habe Durst. Das war ja stimmt, das war mein Hauptproblem das letzte Mal. Joa, mal gucken. Gut, fangen wir mal langsam an. So, wer randaliert hier rum? Da, er hier. Na ja. Wie war denn das? Hatte ich hier letztes Mal eigene Musik drin oder? Kann ich mal schauen. Äh, Musiklochstücke? Ne, hatte ich drin. Ich hatte die normalen Spielmusik drin. Okay. So, gut. Jetzt erstmal kurz einen kleinen Überblick verschaffen. Ich habe noch Zeug im Inventar, was ich loswerden kann. Das schmeiß ich mal hier rein. Zumindest mal das. Äh, oh, oh, oh. Ich habe die Maus so ultra schnell eingestellt, ne? So, schmeißen wir mal das da rein. Äh, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Wir haben null Uhr. Das ist natürlich eine bombastische Zeit, um jetzt hier anzufangen. Das ist ganz, ganz toll. Äh, ich kann nichts reparieren, aufwerten etc. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich mal los. Vor allem muss ich mich um Essen und Trinken kümmern. Äh, wobei, Wasser dürften wir, glaube ich, sogar noch haben. Ich schaue nochmal schnell. Ja, siehst du mal. Wasser hatten wir noch. Packe ich mir gleich mal zwei da rein. Ähm, Essen habe ich hier noch eine Dose. Neh, nehme ich noch die mit. Habe ich mir erst mal das rein. Dann noch ein Wasser hinterher. Dann habe ich aber immer noch Ruhe ohne Ende. Und dann noch mal ein Wasser hinterher. So, und dann sollte ich eigentlich... Äh, da unten sehe ich es ja auch, stimmt. Nahrung und Wasser. Gut, Wasser ist gut. Nahrung geht so. Ja, jetzt schaue ich mich mal um. Solange ich hier auf die anderen warte. Ähm... Dass ich hier irgendwie noch was finde. So, wo will ich hin? Jetzt Schneegebiet ganz bestimmt nicht nochmal so schnell. Ich könnte mal hier über die Brücke gehen und einfach mal schauen, ob ich da was finde. Vielleicht ist da ja was interessantes. Ich laufe jetzt erstmal normal, um ein bisschen Energie zu sparen. So, kleinen Moment. Ich muss mich entschuldigen. Bin etwas erkältet. Guck mal, das sieht doch aus... Aber ich glaube, da waren wir schon drin, oder? Ja, da waren wir schon drin. Das war der Supermarkt, glaube ich. Ja, das war dieses Bekleidungsgeschäft. Ja. Ich bräuchte Supermarkt oder irgendwas. Was bist du? Reh. Okay. Das will nicht so, wie ich will. Ja, da ist Wasser. So, dann soll ich hier über die Brücke gehen. So. Da geht ein Weg ab auf jeden Fall. Da könnte was sein. Das ist echt fürchterlich dunkel. Aber ich habe halt auch nichts dabei. Ja, hier gibt es aber nichts mit zu kluten. Jo, guten Tag, ihr Dame. Halt jetzt mal Abstand. Ein Arm länger Abstand, bitte. Nein, nein, nein. Oh. So. So. Schnellen Verband drauf. Und ich bin infiziert. Schlecht. Und einen Kratzer an der Hand habe ich auch noch. Ja, ich weiß, dass ich hungrig bin. Deswegen bin ich hier unterwegs. Ich suche Essen. Da ist ein Haus, wenn ich hier genau in die Richtung laufe. Da kommt aber noch einer. Da kommt aber noch einer. Egal. Das sind alles Erfahrungspunkte. Ich sehe nichts. Oh mein Gott. 5 Lebenspunkte. Das ist nicht gut. Ich sehe halt nichts. Nein. Kann ich die nicht mitnehmen? So. Ich sehe mal im Ende entgegen. Aber es wird langsam heller. Ein bisschen. Meine Fresse. Ja, allein ist das hier echt ein bisschen doof gerade. Verschlossen. Toll. Hier ist doch bestimmt wieder irgendwo einer. Da ist auf jeden Fall was versteckt. Ja, wow. Ein bisschen Tierfett. Lebensmittel wäre mir lieber. Sprit ist auch nicht verkehrt, aber. Oh, da ist Stacheldraht. Da muss ich aufpassen. Hier kann ich wieder Kohle mitnehmen. Fürs Lagerfeuer. Wenn ich Stacheldraht abbau, kriege ich da auch irgendwas interessantes raus. Oder? Na gut, da kriege ich hier ja hin. Die üblichen Schrott raus. Wer ist? Ich verarsche nicht auf dem Boden. Toll. Tolle Tür. Schön die Seite. Ich sehe halt nichts. Oh Gott. Ein Vetter. Ich habe halt kaum Lebenspunkte. Ich habe halt kaum Lebenspunkte. Wo ist er? Ich habe auch immer mehr. So. Es könnte jetzt auch mal bitte hell werden. Ich würde gerne was sehen, was ich hier mache. Oben haben wir auf jeden Fall Essen. Nicht schlecht. Immerhin. Wieder Tierfett. Wow. Junge, 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 Junge. Jetzt wird's elf. Ich komme hier nicht weg. Stirb. Ist doch nie wahr. Oh Gott. Jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Wo ist mein Rucksack? Wo ist mein Rucksack? Wo ist mein Rucksack? Bergbank. Bergbank. Komme ich da jetzt irgendwie dran? Ja. Sehr schön. Ich meine, habe ich jetzt keinen Hunger und Durst mehr. Wie die Pappnasen jetzt wieder im Schrank stehen. Wenn sie meinen. Komm hier nicht weg, verdammt. Geh weg, Olle. Stirb. Oh, jetzt bin ich wieder infiziert, ey. Ey, die ist. Erden jetzt ja hier. Die sind nervigen, ey. Die sind auch ein bisschen hartnäckiger als die anderen. Jungen, 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 Jungen. Ich bin wieder angeschlagen, ey. Dreck. So, hier war alles leer, ne? Hier hatte ich gelootet. Ah, hier haben wir noch einen Schrank. Ja, das kann da bleiben. Das will ich nicht. Das baue ich wieder ab. Die Kohle nehme ich mit. Hm. Bisschen aufpassen. Der Boden bricht gerne mal ein. Jo, ist klar. Stirb doch jetzt. Mann, 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 Mann. Brauche ich bessere Ausrüstung und Waffen, ey. So ziehe ich hier echt schwarz. Äh. Kleinen Moment, mal um kurz schneller hier rüber switchen. Ist da hinten noch irgendwas versteckt? Ja, ein Zombie. Ja, ist doch jetzt nicht wahr, ey. So, mein Zeug wiederholen. Mal wieder. Mal wieder. so. Der Hewold ist wieder weg. Haarplasterstandards sind schon mal nicht schlecht. Aber ansonsten ist hier echt nichts, ne? Nichts, was sich lohnt. Da ist noch so eingezäunt. Ja, warte mal. Kann ich... ...reparieren? Ja, kann ich nicht reparieren. Ah, verdammt. Ja, das dauert 100 Jahre. Ja, die ist jetzt kaputt. Ist denn da was, was sich lohnt? Oh, da unten ist ein Tor. Ich schau gleich mal. Ich glaube, hier stehe ich gerade ganz... ...ganz gut. Hier stehe ich, glaube ich, gerade sicher. Hier noch mal kurze kleine Pause. Bin ich gleich zurück. Kleinen Moment. So. So. Juh, so. Bin ich wieder. Da unten kann man auch durch. Einmal drüber. Okay, komm auch so hier rein. Alles klar. Ja. Aber... ...hier ist allgemein... ...nichts interessantes erstmal. Soweit. Das hier ist ganz okay. Was sind das für Geräusche? Ja. Ja, hallo der Herr. Schöne 10 haben sie. Oh. Da hat sie nur Kopf... ...zerdrückt. So, kriege ich hier was interessantes raus aus denen. Ich brauche hier immer diese... ...Pflastersteine. Kriege ich hier irgendwas raus in die Richtung? Ich kann hier irgendwie... Da kriege ich hier Lehm raus. Aus denen kriege ich Stein raus. Da kriege ich Zement raus. Da kriege ich Zement raus. Da ist denen nur Holz, ne? Ja. Joa, also das lohnt nicht wirklich. So, was haben wir hier noch? Ah, da kann ich reingucken. Oh, Sandwich. Nice. Das nehmen wir gerne mit. So. Der Rest hier... ...ist unnötig. Würde ich behaupten, oder? Ja. Genau. Gut. Da hinten haben wir noch so eine kleine... Oh nein. Da hinten haben wir noch so eine kleine Anglerhütte, aber... Ob... Ob da was ist, weiß ich nicht. Was? Ich liebe es, dass Hausflipper mir immer sagen, wie die Grafikeinstellungen sind zu hoch. Hahaha. Ja, ist sein PC nicht leistungsstark genug? Haha. Ja. 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 Ich habe eine Sporttasche. Aber trübisse Wasser. Auch nicht schlecht. Aber das kann ich schon mal da runter packen. Das würde ich jetzt eh wahrscheinlich unterwegs gleich futtern müssen. Ah, das kann ich schon mal lernen. Habe ich hier irgendwas, was ich nicht brauche? Das kann ich auch lernen. Habe ich hier irgendwas, was ich nicht brauche? Das kann ich auch lernen. Habe ich hier irgendwas, was ich nicht benötige? Okay. Bisschen aufpassen. Das Open Shield ist cool. Das hätte ich gerne. Blöd. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das Spiel ist natürlich ganz ausgereift. Hier. Hausflipper 2. Da müssen die nochmal ein bisschen ran. Ah, Essen. Sehr schön. Ah, nochmal trübes Wasser. Geil. Noch mehr Sprit. Ja, komm. Kipp um. Oh Gott, ne Dicke. Nein, nein, nein. Nicht gut. Nicht gut. Braucht nochmal ein bisschen länger, bis die obkippen. So, mit ihm war's das. Okay, sie ist auch platt. Sie ist auch glatt. Sehr schön. So. Das nehmen wir auch mal mit. Da war ich schon dran, wie es aussieht. Das habe ich mir fast gedacht. Ja. Alright. So. So. Schluppt da noch jemand rum da oben? Oder haben wir es jetzt? Oh. Das ist nicht schlecht. Der spinnt. Was haben wir hier? Okay. Der Schreibtisch noch. Ja, das kannst du behalten. So. Jetzt muss ich gucken, wie ich da hochkomme. So. Einmal. So viele Magazine, ey. Ich hoffe, wir haben jetzt echt bald mal die Schmiede. Die würde mir doch schon ganz recht sein, wenn wir die jetzt mal langsam kriegen. Weil ohne die Schmiede kommen wir hier nicht sehr weit. Wenn ich den wegbaue, vielleicht kann ich da hochhopsen. Oh. Da habe ich noch eine zweite Pistole. Sehr schön. Kann ich Physik geben. Dann hat er auch noch eine Waffe. Dann sind wir alle bewaffnet mittlerweile. Ah. Noch mal Sandwich. Ne. Nicht schlecht. So. Mehr haben wir hier oben aber nicht. Mehr haben wir hier oben aber nicht.